so dann gucken wir mal war gerade noch meine lunge teeren noch mal wird immer noch belagert was hatten wir denn hier der flashmob der flashmob was hat der flashmob geladen hatten wir noch einen auftrag ich bin manchmal habe ich glaube ich echt ich habe so ein richtiges kurzzeit gedächtnis lübeck läuft was sagt in der kontor tatammer salz wir haben salz tonnenweise salz haben wir wird produziert hand wird produziert geteilt wird produziert mit teil waren werden produziert hat ist doch sehr schön guck mal dafür im göteburg jetzt war endlich ein konto gebaut kriegen guck mal malmöhe braucht getreide das ist doch sehr gut dann können wir doch aus dem lager getreide da drauf packen und am malmöhe schicken gold für lübeck immer noch nein 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 diesmal nicht gäste lehrmeisterhandel haben wir aber wir können getreide in malmöhe verkaufen guck mal malmöse die brauchen getreide ja bitteschön schenke ich euch könnte geschenkt haben aushang braut werbung wer bist denn du für lz lz was kriegen wir denn für lz zwei schnicken und honig nein will ich nicht wollen wir nicht wird immer noch belagert immer noch gold gold für die weg kontor nehmen noch ein bisschen getreide mit und fahren wir dann aber hier wird stockfisch benötigt wir haben das haben wir metallwaren haben wir auch ja das ist halt ne es war kein deutliches plus aber egal kriegen wir immer noch also honig nach holz nach arlburg so könnten wir eigentlich machen 120 fässer nach links so bringen wir die nämlich nach arlburg ich habe doch 120 bringen wir die nach arlburg holz bis zu nein dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden da haben wir den hier bitteschön schenke ich euch habt euer holz ich kann es auch nicht sie kannst du nichts einkaufen nichts was hat er denn noch geladen guck mal ja das war es aber auch nicht er hat nur getreide die belagerung dauert echt lange holz für lübeck 690 fässer holz werden benötigt immer noch was sagen denn unsere kosten getreide hätten wir 13.000 an reserve weizen 40 jahre serven haben eine salz der sinkt aber hier das ist das ist gut dann können wir kommen den laden wir mal voll mit getreide und dann bringen wir die mal braucht ihr irgendeine getragen hier kommt man hier dann sich braucht getreide und salz brauchen die sowieso alle das ist sehr gut kommen bringen wir die dann sich bringen wir die dann sich braut werbung wer bist denn du klarer was kriegt was kriege steht einen kreier und stock fisch nein immer noch holz bis zum zweiten fünften die armee jetzt habe ich nicht brauche ich nicht dann fahren wir mal dann sich guck mal hier wälder schön außer immer noch ne göteburg wird halt immer noch belagert guck mal passiert wenn man da einmal raus und wieder reinfahren außer braut werbung peter neller die liebreizende peter neller eine koche voll pech brauchen wir nicht so wer braucht getreide ich habe getreide im angebot stockholm ja da fahren wir nach stockholm hier wird halt immer noch belagert das ist nicht schön das ist nicht schön ach komm hier dann kriegt ihr mal ein bisschen getreide und was habt ihr hier salz 690 fässer salz dafür würde ich 8.000 kriegen ja wenn ich die jetzt im lager hätte wie viel habe ich denn im lager 160 wie viel produziert der 8 fässer am tag das ist ja schon würde mich ja schon reizen 190 oder wird aber sehr eng 8 fässer am tag gilt auch schon für beide das schaffe ich nicht später vielleicht mal könnten wir mal noch ein paar salz sieben bauen gold für lübeck ist weg wo bist du kommt fahren wir nochmal wir brauchen noch holz gehen wir eben ein bisschen holz holen sie ist dann eben auch noch ein bisschen mitte so wolle nach oslo 90 wurde nach oslo nein so da bringst du das in den konto so das bringst du auch in den konto dann kaufen wir vom konto kaufen nur ein so so bitteschön bringst du das dahin pirat haben wir nicht fahr mal nach alburg du bringst du den ein bisschen werkzeug da freut sich auch da freut sich jeder den hintern ab getreide nach goetheburg 70 fässer annehmen so verkauft braut oh wir wissen du so fronica 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 nicht veronica fronica kreia schnigge und 15 metall waren komm du kannst ein schrott auch noch hier verkaufen so das kannst du auch noch verkaufen auch belagerung dritte gold für lübeck immer noch 200.000 wollen die immer noch na da gibt es nicht herr komm weg damit dann habe ich damit ruhe dann können wir das einladen dann laden wir davon noch ein bisschen ein braucht hier irgendeiner guck mal hier stockholm braucht malmüll malmüll braucht salz wenn die malmösen salz brauchen dann geben wir denen das doch so dafür hole ich nämlich bei euch so haut dann bringen wir das nämlich runter dann kommen dass ich bei uns in den konto packen tats produktion sehr schön das ist so sehr schön nein nein dann bringen wir das wieder nach malmüll dann freuen die sich auch ja sehr schön außer kleidung und wer bist du mech schild mech schild griechischen schnigge voll pech ihr müsst mitglied dieser gülle werden bevor ihnen ja will ich ja will ich ja die mögen mich nicht guck mal guck mal ihr geht ein konto ein auftrag ja zu eurem eigenen wohne solltet ihr es dabei belassen nein weil jetzt liegen wir nämlich richtig los 50 prozent erwerben dann bauen wir nämlich das wird teurer da wurden teuer spaß jetzt käserei kommen hier aufbauen rohmetalle nach hamburg 600 würden wir kriegen nein wir bauen und zwar wir bauen wir bauen wir bauen baumeister holz am besten irgendwo draußen von lasst mich überlegen wenn ich drinnen baue und draußen belagert wird ist das egal lasst mich eben über wir nehmen die ecke hier wir bauen hier die lagerplätze hin und hier bauen wir die produktionsstätten hin ich habe hier alles unter kontrolle der braucht was brauchte zum produzieren weiß dass einer metall tongrube schmelze es fehlen baumaterialien ja habe ich mir schon fast gedacht ist aber nicht schlimm fahr nach malmö was fehlt denn holz und zielsteine kauf mal hier holz zielsteine dafür wurstet getreide weg außer kleidung wird benötigt jetzt haben wir nämlich einen kontor in göteburg käse wir haben so dann brauchen wir lasst uns überlegen wir produzieren auf jeden fall schon mal holz reichlich das haben wir da ist der konto in fünf tagen dann könnte man nämlich hier ja da kriegste ne so außer braut werbung oh martha der martha verbringt ihm eine schnick und 600 holz das ist natürlich das ist 600 holz vor der hütte das ist ein angebenden 600 holz vor der hütte das ist das ist schon das ist schon ordentlich wo ist denn mein anderes ach da weiß ich gar nicht war jetzt hier noch ein auftrag nene nö war keiner fährst du nicht da runter der flash mob dann können wir nämlich in göteburg da kommt mein konto hin hier kommen meine häuserschen hin der ist im malmöde heiße kann sven factory kann neues material beschaffen das nach göteburg bringen unser konto in göteburg ist fertig ja wie geil ist das denn wenn jetzt die holzproduktion noch fertig wäre werden würde wäre es noch besser verwalter einstellen danke waren lager zwei lager fuzzis brauche ich so das privileg kann man nämlich jetzt hier auch wo sie gilt 20.000 danke wir können hier so gieße produziert in göteburg können wir jetzt gieße produzieren stadtrat vorsprechen einrichtung einer kleinen werft nein die ihr braucht keine werft ihr braucht hier baumaterialien jede menge baumaterialien du dahin du fährst nach lübeck so dann können wir nämlich im lübeck so 8 ja was soll ich fleisch gold für lübeck 200.000 ich würde 60.000 kriegen ich habe keine 200.000 ich bin gerade dabei goetheburg braut werbung lieb reisende gertrud auch salz benötigt bis zum achten sechsten bis zum achten sechsten geralt machen wir das kriegen wir hin passt mal auf du kontor salz 70 davon ist ein bisschen mit davon ist ein bisschen mit und da fährst du nach goetheburg und der von goetheburg fährt nach malmö und holt wolle geiler plan ne geiler plan ich weiß braut werbe oh wer bist du gerlin 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 salz das heißt die ist salzig die ist salzig ist die du bist in malmö du kannst dann hier ein bisschen wolle noch die haben gar keine wolle dann braucht wir hier noch ein bisschen das bringt sie auch nach goetheburg ja ist stärker geworden ich weiß so auf drei abgeschlossen den rest packung nämlich hier in den kontor dann haben wir im schema reserven dann haben wir hier reserve braut werbung gerlin immer noch und hier hier fehlen immer noch rohstoffe hier fehlen immer noch rohstoffe und gibt es doch gar nicht 20 20 dann kann ich mal hier runter nach lübeck fahren was hast du denn hier geladen das kannst raus das kam raus hier müsst ihr so langsam hier immer noch nicht alter wat wird denn hier gebaut salz benötigt bis zum 13 6 annehmen können wir aber hier salz auftrag abgeschlossen sehr schön der funktioniert immer noch nicht da fahren wir mit der man normalen wir gehen da noch ein bisschen baumaterial holen dann gucken wir mal was lübeck hier unten sagt konto ist viel hoch ist viel noch was fehlte metall waren wir haben keine metall waren mehr wir haben keine metall waren wir brauchen metall waren ja das ist geht das ist kaka kaufst du da mal ein bisschen und da mal ein bisschen so bringt es mal nach lübeck bringen dass man an lübeck stadt schiff du bringst das mal an lübeck wir müssen so langsam hier in den konto das bringen wir hoch dann bringen wir das hoch dann kaufen wir hier noch ein bisschen holz ein paar steinchen hat er noch ein schiff wird er immer stärker die wand an ist doch nicht weiß was hast du denn hier in den konto das muss in den konto geht nicht anders das muss in den konto so goetheburg wir haben für euch ziel wir haben für euch werkzeug und wir haben für euch noch ein bisschen packen wir uns in den konto also noch mehr ne ne das ist doch wirklich so eine verarschung hier da du ans ist ja nicht so was kann denn noch mitnehmen du fährst mal wie du gehst hier noch ein bisschen zusammen kratzen dann könnten wir nämlich da kommt bauen wir dann und tongrube und alles hin wir haben jetzt sägewerk sägewerk tongrube tongrube genau das reicht dann da in der ecke erst mal und du verkaufst jetzt erst mal hier die nicht den brauche ich das dann geht es wieder runter normalen müll werden die es endlich mal gebaut immer noch nicht da will dann dauert das denn hier dauert das sehen ja ich könnte in lübeck aber noch hingehen und paar salzsieden bauen metallwaren ist viel metallwaren hier kommt kauf sie alle ein schild er braucht werbung osenbrecht du retter die du retter wieder die du retter in stockholm können wir noch ein bisschen verkaufen dann geht es nach reval reval hätten auch getreide schicken können da hätten wir auch getreide schicken können käse in ein groningen nein habe ich nicht da ist die flash mob der flash mob so und wieder nach groningen da viel metall vorerst mal hier hin in reval zwan factory ist in reval so dass die haben ja gar kein fleisch hier dann nach rieger der holt nämlich da ist die metallware aus dem konto die 46 stück genau dann kann die stadt hier einkaufen so und das bringt sie jetzt nach goethe burg da na 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 gold von lebeck 200.000 habe ich nicht hätte ich schon wenn ich alles verkaufen würde ändert sich nicht der preis ändert sich nicht solz bleibt auch der bleibt auch da kann man ein bisschen verkaufen so der ist immer noch da oben unterwegs jetzt ist er in reger so dann fährt er wieder nach lübeck der goethe der goethe in goethenburg so also wenn jetzt nicht gebaut wird meine freunde dann solche in lübeck nein nein es fehlt an zielstein würdet ihr eine turngrube bauen freunde holz die bringst du erstmal nach lübeck du hast was hast du du kannst von damen das mitnehmen du kannst salz mitnehmen die kannst du nicht mitnehmen davon kannst du ein bisschen mitnehmen dann fährst du mal mal du hast das das heißt ab in den kontor damit hier dürfen eigentlich keine rohstoffe fehlen die kaufen wir auch ein die salz die du brauchst auch holz nach hier das ist ein problem die braucht nämlich auch holz das kaufen war ziegel kaufen war so den kannst du verkaufen da kannst auch ein bisschen verkaufen so geht es wieder nach goetheburg was sagen die wird aber immer noch nicht kiesener bremen ziel 150 ziel werden benötigt wird jetzt so langsam mal gebaut immer noch nicht jemand 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 und jemand